Das Autogramm ist tot. Das war mir noch gar nicht klar, bis ich jetzt die ersten Bilder vom Drehbeginn des neuen Bond-Films im österreichischen Altausee gesehen habe. Daniel Craig im Schnee, umzingelt von Fans und keiner hat einen Stift dabei. Alle dafür natürlich ihre Handys. Und Daniel Craig macht mit jedem ein Selfie. Er weiß sogar, von welcher Seite er fotografiert werden möchte. Beste Stimmung also zum Drehbeginn von Spectre, der Ende des Jahres in die Kinos kommen soll. Come this time, I can't do it for you then. I'm gonna go Selfie. Go on. Go on, go on. Selfie? Yes, 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 okay, okay. Thank you. How do you like our Altausee? It's full of snow. It's beautiful. You got it? There you go. You got it? What do you like most here? Uh, the snow. We need it. Okay guys, I'm gonna go in and get something to eat. You should get out of the cold, you guys. Okay, last one. You got it. Thank you. Thanks! Man 6 nodes in Paris is fine. Thank you! Alright be sure! Wow. Ahhhh, how are you? Bye! A lot of ow round ''tusss' start during the Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020